Herzlich Willkommen bei Mini Paradise! Worum geht's heute? Heute machen wir was ganz anderes. Ja, erstmal muss man sagen, unsere beiden Alphatiere sind heute mal nicht da, deswegen muss heute mal das Wolfsrudel, Kai und ich, das Video machen. Und zwar geht's heute um das Thema GW hat gerade eine Aktion am Laufen. Da kriegen alle Händler eine Mitteilung und zur Beziehungsweise suchen sie nicht uns, sondern sie suchen euch für den Traumjob, den ihr jemals machen wolltet. Genau, und zwar geht's darum, Neukunden zu generieren. Der Job findet, so wie wir es verstanden haben, hauptsächlich in Nottingham statt. Direkt bei GW, die suchen einen deutschsprachigen Neukundenvertriebler, Neukundengenerierer, sagen wir mal. Und ja, wir wollen euch auf diesem Wege quasi mitteilen, dass ihr euch dort bewerben könnt, wenn ihr Bock habt, Hobby zum Beruf machen und so weiter und so fort. Hört sich alles toll an. Wir haben ja schon unser Hobby zum Beruf gemacht, deswegen seid ihr jetzt gefragt. Ja, und wenn ihr die Bewerbung schreibt, macht ihr einfach, wo habt ihr unsere Informationen her, schreibt ihr einfach Mini Paradise, somit unterstützt ihr den Laden und ihr supportet unseren YouTube-Channel. Genau, und wir hoffen, wir haben euch mit der eventuellen Jobfindung quasi auch unterstützt und so könnten wir uns gegenseitig ein bisschen unterstützen. Das wäre natürlich toll. Genau, und wenn ihr Informationen zu der Bewerbung alles habt, ist unten in der Videobeschreibung die genauen Links dafür. Und da seht ihr dann weiter, wie es weitergeht. Ja, viel Erfolg dabei. Ja, ciao.